Kann man von euch auch Schiffe sehen? Nee, Schiffe kann man auch nicht sehen. Wohne geil, die Schiffe gucken. Das ist doch so geiles Wetter heute. 2 3 4 5 5 6 8 10 11 12 14 15 15 15 15 15 15 15 16 15 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020